ARD Text im Auftrag von Funk Hey Gamer Inos, ich bist der Marc Der Marc lutscht schon Kopf ist... So, jetzt ruhig Hey Gamer Inos, ich bist du Marc Der Marc äst gern Popel Hey Gamer Inos Der Marc steht auf Mane Ich bin der Marc Und nein, ich bin nicht schwul Aber ich habe nichts gegen schwule Menschen Ich habe etwas anderes gehört Ja, ich auch Weil wir heute spielt Der Miracolix Der Tobi Nein, ich habe auch nicht Der Glass, Manuel Er hat ja für dieses eingestimmt Nein, ich habe nicht Und schwule Juden sind noch viel schlimmer Der Nameess, der Chris Der ganz so schlimmer Mensch ist Und Luca, der Lubri Spielen heute Und wir sind nicht antisemitisch Wir haben alle Menschen gerne Ausser der Marc Und wir spielen Heroes of the Storm So Ähm Und ich spiele hier Eine sympathische Tankfrau Johanna Was haben wir als Gegner? So, soll ich euch schnell sagen Wie man hier gewinnt? Ja, lass mal raus Das habe ich schon mal gesagt First Ingar Oder wie? Das Ziel ist einfach Wenn die Hure Scheiss Tempel kommen Dann stehen wir Erst dort Bevor die Anderen Da stehen Jetzt hast du jedes Mal Aber das stimmt nicht Wohl Du hast Vision Und du holst ihn dann Und du hast auch Du holst ihn schnell Rot-Taktik mit Tobi 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 Und dann aber trotzdem sagen, ich bin erst gleich cool. Und noch schauen, dass du gleich effizient auf der Lane bist. Wieso bin ich eigentlich immer Solo-Lane-Support? Ja. Seratul, top. Seratul ist top, ja. Ach, tu nicht so, der Rega schade. Ah, nein, doch nicht. Nein, Chris, ich gebe dir schon recht. Das ist natürlich nicht ganz so einfach. Wow! Machst du Schade, Chris. Wenn du zuerst da bist, hast du einfach den Vorteil. Aber wenn du zuerst da bist, musst du ein bisschen jacken. Okay, die Range ist nicht so gross. Ähm... Du hast eine schwere Mühe, wenn du drin bist. Aber wenn du draussen bist, hast du noch mehr Mühe. Du musst dann irgendetwas machen. Und wenn du drin bist, kannst du einfach so kleine Teile abschieben. What the fuck? Ich bin so dumm. Ich habe mich verglückt, hast du gesehen? Mhm. Ich habe Schade genommen und schon zu Schade. Ich brauche nur dein Mana, Leute. Oh nein. Nicht dein HP, dein Mana! Ja, ich bin Grandpa und dem Dehaka. Ja, aber... Surprise, surprise. Du kannst nichts mehr machen. Surprise, surprise. Das ist wirklich das. Oh, hier. Oh, dort hat er mich durch die Musik. Das ist richtig, Joachim! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wir sind ein wenig auslämmer. Weißt du, wie es das anfängt? Ah, Zera ist übrigens nicht mit. Ich komme nach unten, he? Ja, allein hoch. Äh, nein, die Ersten könnten wir auch... Die Ersten könnten wir auch aussaugen. Wirklich? Okay, tun wir. Zumindest ist es genug gesaugt. Oh, okay, jetzt bin ich gepickt. Ja. Ja, dann versuche ich trotzdem mal ein paar Holen drüber. Achtung, die kommen jetzt Zera und Zungen. Ja, also sollte man halt. Das ist ein 99, du bist. Jo, ist er. Vielleicht ist das auch seine Penis, weiss. Wahrscheinlich. 99 Millimeter, oder was? 99 Millimeter bis ein Zentimeter, oder was? Einer sollte dann einfach sicher nur dort kommen. Achtung! Oh, da kommt der! John Cena ist da! Ich will den Gloob! Fahr ab! Freis, Freis! Freis, Fuchs! Oh, ich steig rühe! Marc, ich habe jetzt schon wieder den Dings Hotel in Zürich angeheuert wird. Ich bin in der gleichen Firma, du Kacki! Ah, das darf ich vielleicht nicht erzählen. Ist der P-Ga? Zeratul ist nie jetzt auf dem App. Marc, gelbe... 15! 12! Ich bin nicht auf dem Druckern. Machst du noch ein Top, Lubi! Ich habe noch einen Wave-Alizer Manuals Rücken. Komm, wir reifen noch mal eine! Chris 3 Sorry Nice Wer ist gestorben? Ja ich bin allein Chris Du blöd ja blöd, das ich hier Verreiss, verreiss So In mir scheiss die Zunge kannst du dir ein schönes Arschlöchlein stecken Hey Mann, die Ausdrücke wieder, das geht auf YouTube Aber you go me Kennst du PG-Forking? Irgendwie im vierten Lane Ja, ganz normal am Def Kann ich nicht machen Ja, ich bin hier Der holt jetzt nur Kipo aus Jetzt dürfte ich gar nicht so weit kommen Denkst du bist mein Link Denkst du tust hier zwei Orbs werden Und der Typ bist du tot Wie schön wär's Jetzt hoffe ich zu Ende der Schwenker Und aussaugen Wuuuuu Unterbläder sich Unterbläder sich Unterbläder sich Unterbläder sich Tankbattle Oh nein Keine Tankbattle Schnell raus Tankbattle Nein 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 Fuck you Da hab ich gerade einfach gesetzt Ich hab ihn auf der Map 05 Kills After Vor eine halbe Minute Der neue Held ist so etwas von Scheisse Der neue Held ist so etwas von Scheisse Hasst er sich Er steht aber nicht in einer Range Und ein Ultra Low Und ein Squishy Easy Peasy Ich bin nicht Ultra Low Und auch nicht Squishy Und trotzdem werde ich sterben Halt den sich Ihr wollt dass der steht Kann Leute bleiben Ruhm Wo sind wir da Tobi wir müssen ein Camp unten machen Ja wir machen ein Camp unten Tobi Ich hab gesagt Camp unten Komm Ein großartiger Sieg Doch es bleibt noch viel zu tun Ja einer soll pushen oder Ich eine Ja ich push Oh Seratul Jewe Ja Seratul 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 Ja Wir müssen eh auch zogen Jetzt können wir nicht komplett Oh nein 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 Kommen Bist du zuhause Seid ihr alle da oder? Nein Wir fighten nicht So nicht Sie sind sie Ok Dann dürfen wir einfach ordentlich Das ist gar noch nicht angekommen Das ist gar noch nicht angekommen Du wie weit hinten musst du eigentlich stehen Dass es noch XP gibt Du musst einfach allein stehen oder? Cool Rattieren wir runter Rattieren wir runter Wow Richtig doppelt Richtig doppelt Lass lass geligern Wärs der Bait Oder der Bait Der Bait Ich hab so gross Ich hab Ulti Oh der kommt Yeeeeey Zwei Die neue Ult von Sylvanus ist genial Rego 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 Rit Sylvanus da vorne Die Nerven dann sind wir einfach hier Ach du Oh ich bin tot Ja Ich hab Sylvanus gehabt Ja Ja der Tower Eeeeyyyy Wow, der Typ hat einfach nur mit seinem Mua-Skill Ja aber, jetzt hat es einfach einen mit, nur einen soll jetzt noch mitgehen Ja, halt doch auf mich du Böler-Sie, ich fick dich Ja, mach den hinter, hau nochmal drauf, er soll dahinter kommen, damit es.. Er wird auch schon drauf aufhälen. Nein, komm hinter, komm hinter, er soll dich schlagen und dann soll er dahinter kommen Das ist der Plan. Hinter der Mua Da, da zu uns duz. Er kommt, er kommt! Damit das Kord auch drauf schiesst. Verstehst du nicht? Nein, ich habe nicht verstanden. Aber jetzt stehe ich dir, oder? Du verstehst noch die Beamtdeutsch. Ja, das ist das komische. Sorry, es war schnell, ich weiss. Ja, wirklich. Dann gehen wir mal zum Camp da. Das ist ziemlich gut, Lopper. Wir sind drei. Du, lass dich mir noch durch. Hey, Lantan. Das ist schon gut, wenn du da hinten stehst. Achtung, Lubri. Da, Achtung. Da, Achtung. Oh, da ist es noch mich drin. Ja, komm, dann nimm das hier. Du musst den Zehner. Achtung, geh ab. Backup, 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 Backup. Ja, ich habe das Problem. Ja, ich habe das Problem. Ja, du. Ja, du. Das sind wirklich Value-Baits. Ja, du. Was? Oh, jetzt raus! Rausen! 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 Brennend am Zahn! Nehmen Sie! Nehmen Sie! Full Life ist drin und sagt Nehmen Sie! Ja, zurück und direkt auf! Sie konnte nichts machen, um sich zu wehren! Neckline! Komm voraus! Erlubri! Passt du für sie nur drei! Neck, Mini, Eier, Chris! Unnötigen Kommentar! Zeratour hier, Zeratour! Du bist schlecht in diesem Spiel, wie Marc! Ich bin super! Marc, rüber rein! Ich geh! Ein Senk! Nicht den Scheiss-Typen hier! Irgendeinen anderen! Ja, jetzt haben wir den halt! Es ist leider der Einzige, der hier steht! Silvanas! Ja, 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 ja! So macht man das hier! Komm da, komm! Okay, wir nehmen den Schrein! Ich würde, wir nehmen den Schrein! Ja, macht mir Sinn! Ich denke, der Scheiss kommt! Zeratour ist da! Ja! Ja! Da hier ist er! Ja! Ja, schwierig! Schwierig! Eeeeeeeey! Ja! Ja! Hauptsache gibt's noch! Ja! Ja! Jetzt müssen wir aufpassen! Ja! Jetzt weiß man, das ist ein Schenk da! Warte! Huh? Geh dir mal wieder Rettungs! Cool! Come on! Ja! 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 Es hat jetzt bezahlt gemacht! Jetzt wenn ich den Mana Reg Talente hatte hätte ich hier noch etwas rausgehalten! Aber ich hätte sicher noch etwas rausgekommen, aber ... Ja! Verschiedene Talente, verschiedene Vorteile! Ja! So ist es! Kaffeln wir es echt noch? Sie sind schon bei 24! Ja! Du könntest schon rein gehen, es sind nur drei dort. Ja und ich hab ein Schild, ich hab ein Schild, ich hab ein Stunner. Das ist ja blödsich. Woanders könnte ich so lange vom Team so knapp nehmen. Wie weisst du dumm, Sirk? Schön. Sie haben den Schub noch jemanden gemacht. Oh, und sie hat den Schwein. Hey, der lag, what the fuck? Und sie gewöhnen wieder diesen verdammten Ding, den Kopf. Ja, das ist nicht. Alter, habt ihr jetzt auch drei Sekunden lassen? Nein, du musst den Porno da unten abstellen. Ja, was hast du da für... Nein, was hast du für Internet gefallen? Du hast gerade ein bisschen Anti-Werbung gemacht auf dem Stream. Du, du kannst das never ever kommen. Der kann doch gar nichts, komm. Achtung, jetzt kommen dann alle. Ja, ja, sollen sie kommen? Oder drei vielleicht? Ja. Da sind wir noch alle. Nehmen wir das gerne. Eben ja, das wollte ich nur mehr erweitern. Oh, da. Oh, da ganz kurz noch schnell. Semana. Semana. Oh, jetzt hat sie bei mir auch gelaggt. Spott, Spott. Wir mitten diesen Helden töten. Ehhhhh. Haben wir die? Ja. Hallo. Jeeeey. Ehhhhh. Oh mein Gott. Dann haben wir. Du willst aber auch jetzt dos mal. Ja. Camp war Schwede. Das Camp da. Komm mit dir. Ja, es ist ja nicht da. Ist egal, komm rein. Dann ist 3,先 4 healt um. Ja, ist gut Kuck, da ist noch ein. Das war 2. Zwei. Ohne moone. Ja aber das kämmert. Ja nein. Killet da. Gut. Auch hier kannst du nichts mehr. Ah, nimm man den. Nein, jetzt sitze. Sch noticedi. Was ist ein bisschen recht? So lustig, Junty. Junty. Ähm, Pew? Ich kann schnell zurück. Ich habe auch fast keine Mana mehr. Ich glaube so schnell rettet. Ja, nimm das Mana mit heim. Geh rausgehe aber, wenn... Ja gut, dann gehen wir. Shit. Ich soll anhalten. Nein, sie haben mich noch in der Luft genommen. Können wir das nehmen? Ja, warten auf... Wir müssen schon warten auf den. Ja, ja. Und wir sind... Oh, oh. Gehen dort weg. Ja, nein. Oh shit. Upsi dupsi. Upsi dupsi. Könnte noch schwierig werden, das eins zu nehmen. Den holen wir nicht. Ich habe gedacht, ich bin... Malp-Tankion. Ja. 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 Weisst du, ich sollte helfen. Ja, wenn sie überhaupt contesten, es lohnt sich nicht. Nein. Nein. Wir können zurück, hinter die Keyboard. Aha. Wieder dasselbe, probiere ihn hinteren zu holen, Mark. Ja. Er hat aggro auf dich und dann zum... Schloss herunterlaufen. Und da, ganz so weit. Nebes! Ja. Muss hindern, muss hindern. Ah, so mühsam. Gehen dort weiter weg. Jetzt... Und wir können auch gut poken. Der ist dort. Jeeeeee. Au, 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 au. Das ist schon nötig. Ich will es mit Cera-Tool. Ja, das ist super krass. Oh, Schaden raus halt. Oh, 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 oh. Oh, man. Oh, MG. Nein. Nein, nein, nein. Oh, da ist niemand gestorben, das Garten. Ja. Ja. Aber jetzt muss ich auch schnell... Oh, mein Gott. Nein. Hine, hinein. Komm, komm, komm. Jetzt, komm, komm. Bäm. Ähm. Der auch noch da. Oh, den auch noch. Oh, hee, hee, hee. Ich hab gerade... Oh, jetzt kommt er, jetzt kommt... Der Auto hier. Das war's. Das war's, oder? Einfach nur jetzt da drauf. Ich dachte, der Heal ist sehr viel vom... Dings da. Vom Dings? So krass. Ja, übel. Du meinst, er ist tot und dann ist er einfach wieder faul. Ja. Wel? Der... Der... Die Sensei-Jäger da. Ja. Ist ja krass, die Filmeni immer noch Schatten einnimmt. Das ist unglaublich. Sie macht so überhaupt keinen Schaden, aber... Sie ist so ein bisschen wie verrückt. Nur die Walls, dann gehen wir weg. Okay. Gut. Jetzt raus. Gefanget eigentlich. Hopp. Wir können noch das Camp mitnehmen, da. Ja, das bottom. Ah, die nicht blinken kann, hm? Die Kassi-Jäger ist hier hinten. Das ist richtig, das kommt sie. Und zyperdick sie mehr. Haha. Ja, aber da sind ja alle hinten. Haben wir das? Was ist das? Ja, wir finden. Die Kassi-Jäger ist hier hinten. Sehr gut. Ja, das Oberen ist ja gewonnen. Also muss ich noch jemanden kommen. Das können wir wahrscheinlich nicht sein. Wir gehen da alle da rauf. Ja. Den Nächsten nehmen wir. Ja, den Nächsten nehmen wir. Okay, oder? Ah, nehm. Sorry. Gool! Ich weiss, weil das schon vorne ist. Spoiler! Ha, Spoiler! Spoiler Alert! Uuuuuh, da haben wir noch ein bisschen heilen. Okay, wir waren 20. Ja. Let's go. Morg, ist er los? Ja, ich bin da. Komm mal, komm mal. Hallo! Hey, 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 hey. Komm da, Gehle. Jetzt, komm da, komm da. Ja, schau. Lieder, Lieder, Lieder. Jiei, 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 Jiei. Heimer, Heimer, Heimer. Du kommst auch noch dran. Schön, schön, schön. Yes. Das gibt mir noch. Ja, das nehmen wir schnell mit. Der Morg kann eigentlich rauf in der Tempel. Gut, ja. Uh, ich bin Helden Sturms. Schön. Auf einen Moment. Wir gehen weiter. Auf einen Moment, in dem ich geniessen kann. Ja. Ja. Die machen keinen Schaden, diese verdammten Feichle hier. Sehr schön. Das gibt Polo mehr. Ja. Jetzt können wir mal Mark helfen. Wir gehen zurück und versuchen zu finischen mit dem... Ja. Ja. Wir werden immer nur mit 20. Also... Hast du noch Mana? Gläse... Bleib. Nein! Gibt noch. Irgendwider zu. Ok. Ah, das ist ein Arcana. Aber lauf du nicht das vorderste Gläse. Doch du hast nicht unseren Tank. Doch doch doch. Der Tank ist das hinterste. Wie das so muss sein, oder? Genau. Oh nein. Oh, komm, komm! Ich komm hier, komm hier! Ich denke natürlich, wie das ganze Game so gut geputzt wird. Ei, 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 ei! Oii, oii, oi, oi, oi! Ich bin nichts gefahren, die dann... Aber jetzt... jetzt hat er die Zange, oder? Haha! Haa! Haaa! Ah, Gläsi moiii! Scham... Fische! Gut, nice. Ich bin top, um zu besitzen. Sehr schön, Jungs. Comeback of the Storm. Du hast Comeback of the Storm, ja. Cool, ich stehe im Bau. Und so, liebe Community, liebe Schweizer Community, spielt man Heroes of the Storm. Weisst du, wenn Ausländer da schauen? Ja, die. Oder Rassist. Gott, verdammt, bist du mühselig. Ich habe keinen Schweizer Boss. Dann könnt ihr das im Fall hier geniessen. Aber rechts könnt ihr das Ganze abonnieren. Wir gespielt haben... ...den Tobi, den Manuel, ich und zwei Rassisten. Wo beide ausländische Gene haben. Sie sind so solche, die die ganze Zeit... Ausländische Rassisten, ja. Sie sind ausländische Rassisten. Hahaha. Ah, krass. Äh... Nieses. Jetzt wird noch Tschüss sagen. Ade. Tschüss. Valeu.